Jetzt macht er Bofrost, Greg. Nee, nee, er macht jetzt erstmal schön. Er denkt sich jetzt auch, Hauptsache nicht Letzter. Hä? Konnichiwa, ihr Ninjas da draußen. Heute wieder zu einer Folge Worms mit Fresh Rice und Natze. Hallo. Um wieder den Modus verrückte Kisten. So. Bin ich gleich mal dran. Die Kiste kriegt eine Kay nicht. Ich will aber. Nein, kriegst du aber nicht. Warum hast du jetzt schon Dynamit? Gerade eingesammelt. Aber ich hab dich senkrecht nach oben geschleudert. Oh nein. Wir sind ja jetzt ertrunken. Ich war gerade vom Handy der Handy ab. Der ist ja vorausgerutscht. Gerade so, du Lackert. Hallo auf MG. Nee, nee. Oh, er hat direkt zwei Küsten vor. Ja, ja, und dann noch ein Medikind drüben. Jetzt macht er Bofrost weg. Nee, nee, er macht jetzt erstmal schön. Er denkt sich jetzt auch, Hauptsache nicht letzter. Hä? Ach du, ich bin... Nein! Hilfe! Hey! Silber weg. Oh nein. Wir machen auch... Was für ne kalten Reaktion. 110! 110! Bitte weniger. Alter! Die Magnete waren ja... Brutal! Das mit dem Scheiß-Magnet, das ist doch nicht auf meinen Mist gewachsen. Eihihi. Eihihi. Irgendwie schon, du hast dich berechnet. Eihihi. 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 Was für ein Gewaltschuss. Ja. Wäre ne Nade besser gewesen. Da kommt Feuer! Feuer war knapp, ey. Eihihi. Jetzt dreht ja der Wind. Pass auf. Eihihi. Eihihi. Eih, nicht sterben. Wär dann bitte weise. Ist das Feuer aus? Nee, weil fresh, das brennt immer noch. Oh, jetzt Gangbang schöner mitgeben. Wenn ich was hätte zum mitgeben. Eihihi. Die Fritte da unten, die Bofors Fritte. Nein, an der Kiste vorbeigefallen. Fresh kriegt ihr eigentlich bis jetzt nur aufs Maul, oder? Ich kann direkt eigentlich ausmachen. Mach halt deinen Monitor an. Würde vielleicht ab und an helfen. So, dann hat sie zückt das Jetpack. War so klar. Und dann schön Dunwurm und Wormstrom holen. Wohin mit dem? Ja, die Kiste auch noch. Ja, natürlich. Die auch noch. Ja, die macht ja nichts. Scheiße. Dir geht die Zeit aus. Ihr nehmt nochmal ein Jetpack. Was machst du da? Ach, ne Miene, warte. Die hab ich gar nicht gesehen. Ei, ei, ei. Gut, gut, gut. Ja, nicht nur anderen hier auf die Presse geben. Jetzt ist es erst mal Pofrost. Was passt ihr? Schluss mit Lustig. Nee, Pofrost ist jetzt nicht drin. Nee, nee. Schöne Dynamitstange da drüben rein. Nee, nee. Das passt schon so. Okay. Denk an die Magneten. Wenig. Gut so. Ah, können wir eingereicht haben. Nee, nee. Nee, doch nicht. Ja, die Magneten sind vor allem nicht mehr aktiv. Die sind jetzt aus. Die gehen nur ein, zwei Runden. Er geht erst mal wieder aufs Sammeltur da unten. Ja, natürlich. Ja, nicht unten. Was denn was bei ihm? Das würde nicht passen. So, ich hab gehört, Analritter wollte schon immer das Fliegen lernen. Und er trifft mich, 100 Prom. Natürlich. Da waren zwei Fässer. Das gibt es nicht, ne? Ja. Gut. Kollateralschaden. Alle auf MG. Nee, nee. Alle auf Nutze. Nutze ist vorn. Ja, ist mir egal. Du bist der andere Sammeltur. Du bist der andere Sammeltur. Ich hänge hier irgendwie fest. Ich weiß nicht. Ja, einfach auf Duntwurm. Oben rausschießen. Fertig. Bumm. Ja, Bumm hast recht. Ja. Ja, komm. Duntwurm bitte als erstes explodieren. Ah, schade. Eieiei. Das macht mir echt Damage. So geht das nicht. Erstmal auf zwei Würmer reduziert. Doch. Ich kann mit zwei besser spielen als du mit vier. Oh. Wie der da unten festlegt. Ja, der versenkt sich jetzt eh gleich im Wasser. Pass auf. Ganz vorsichtig. Irgendwas hat der jetzt. Eine Lenkrakete. Eine Lenkrakete. Oh, ernsthaft. Der ist da nicht weggegangen, ne? Eieieiei. Jetzt ist der andere Trampitz. 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 Was denn? Eieieiei. Eieieiei. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ciao, Fresh. Oh, mein... Hauptsache nicht letzter. Ja. Das ist eine gepflegte Aussage. Mit der kann man umgehen. Ja, kommst du noch raus? Ja, kommst du noch raus? Gut, gut, gut. So, Wahbum ist ja eh dran. So, immer schön konzentriert bleiben. Oh, fuck. Oh, ja, keine Kiste einsam. Und jetzt einfach schön irgendwas da raufwerfen, damit alles da explodiert. Boah, und da kommt noch mehr. Okay, nächstes, Boss. Er wird's einsam. Ja. Oh, er drückt zu lang, er drückt zu lang. Ja. Gleich fällt er wieder. Oh, schade. Falsche Richtung. Hä? Äh, Superschaf. Wer fliegt denn? Ich bin mehr geflogen als ein Superschaf. So. 148. So ist man mit dem Schaf. Ich dachte, das hört gar nicht mehr auf zu knallen, ey. Auf einmal, ich denke erst, das läuft auch in die falsche Richtung. Ja. Auf einmal kippt das vier Ampeln. Dachte ich mir auch. Alter, war das übel, ey. Ja, jetzt kommt er hier rüber, ey. Ja? Er hat nicht mehr genug, er hat nicht mehr genug. Wart. Jetzt auf die Kiste schießen. Nein! Ach komm, was mach ich denn? Ich glaub, Shades of Nutsen ist jetzt eh dran, ey. Ja. Sollen wir nochmal so ein Superschaf ein? Ja. Das wär's. Was mach ich denn? Ich schenk den Sieg her. Puh, er ist dran. Gucken wir mal, was er so nettes hat. Komm doch nicht raus. Ja, das war vorhin auch schon so. Du musst irgendwas außer Luft haben, sonst kommst du da nicht raus. Nimm mich halt in Superluftankern. Er teleportiert sich. So ein Feigling. So ein Feigling. Eieiei. Hab ich bald Natsa schön auf einen Haufen getrieben? Nee. Was hab ich denn feinert? Ich hab' auch hier irgendwas geiles. Ne Banane oder so. Na, dir wird jetzt erstmal irgendwas zugeworfen, wahrscheinlich. Natürlich, dass ich ja in die Luft geh. Er fliegt jetzt eh zu mir rüber, gibt mir ne Dynamitstange in die Hand oder sonst was. Er macht's jetzt total leim. Und warum? Weil das kann. Hast du bald alles? Lass dich ruhig Zeit, Natsa. Das Problem ist, er wird erst aus und löscht dann das Ding. Na, dann muss er nochmal neu auswählen. Im Gegenteil kann er es echt noch gewinnen. Hallo. I come in now, big burn. Lein, forsch mal. Lein, forsch mal. Lein, forsch mal. Get a move on. Jetzt kommt er hier mit so nem scheiß Öko-Schaf an. So Öko war das nicht. Das war mit Benzin vollgepumpt. Da muss Natsa ja nur ne Granate reinwerfen. Mehr muss der ja gar nicht machen. Wenn er jetzt ne Heiligarn-Granate hat, dann machst du das. Ja, wenn er hat. Ach, die hat er, die hat er. Dann muss er noch treffen. Die hat er. Die hat er. Geht jetzt eh erst mal auf Sammeltour. Pass auf. Ne, ne. Hä? Was hat er vor? Das frage ich mich auch. Äh, Ypsilon? Und selbst dann wäre es nicht gegangen bei dem Wind. Ich feuer eh schon wieder aus. Einfach instant aus. Matze, du musst mehr liefern. Lein, forsch mal. Fall damage. Ah, excellent. So. Läuft doch. Lein, forsch mal. Have a ride. Tot, 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 tot. Was macht unser Natze jetzt? Schauen wir mal. Okay, next bar. Links sind vier Kisten insgesamt. Drei Kisten und einer links. Er kommt in den Nah-Angriff. Hm. Schade. Er versucht es zumindest. Er drückt immer durch beim Jetpack. Ja, ja. Das ist das Problem. Alle anderen machen immer so ganz easy, locker, flockig und er immer... Er vergiftet mich. Wirklich. Da muss er aus dem Loch raus und sich heilen gehen. Da geht er in den Nah-Angriff. Ja. Geh ich. Reicht nicht. Doch, reicht. Reicht. Was hat Natze jetzt noch dabei? Das ist die große Preisrage. Ja. Nichts, das ist es ja. Du hast so viele Kisten eingesammelt. Ja, wenn er noch so nichts... Die kannst du nichts haben. Da kommt noch eine. Die ist jetzt Kicks entscheidend. Links liegen noch drei Stück, weißt du? So soll es ja nicht sein. Aber er drückt eh wieder durch, wahrscheinlich. Ja, natürlich. Oder ihm geht die Zeit aus. Eins von beiden. Beides. Die Zeit fattert schon. Ach komm, Beton-Esel. Boah. Lucky. Bleib drüben, Esel. Bleib drüben. Boah, perfekt. Das war echt deine letzte Chance. Der Scheiß-Esel. Okay, jetzt krieg ich das ja weg. So. Huuu. Das ist auch das erste Mal, dass wir so einen Scheiß-Beton-Esel hier in dieser... Äh... ...wohin sehen, oder? Ja. Kann das sein? Ja, wir haben auch das erste Mal verrückte Settings gesagt. Verrückte Kisten. Ah ja. So, MG, hüpfen wir ein bisschen nach rechts. Jetzt hat er bestimmt auch einen. Nee. Und runter. Da muss ich erst mal wieder hochfallen. Ohne Scheiß jetzt, ey. Das wird eng. Das wird eng. Wird nix. Wird auch nix. Wird auch nix. Oh! Oh, fast. Da war ein Zipfel zu groß. Ja. Deiner war es nicht, Crash. Der wär auch noch größer. Ja. Mikroskopisch groß. Hm. Was mach ich denn jetzt? Links sind ganze Menge Kisten. Ganze Zeit schon. Das Dumme ist bloß, ich habe kein Jetpack mehr. Haha. Er hat ja in reiner Runde zwei gebraucht. Er hat ja in reiner Runde zwei gebraucht. Super Bunkerbombe. Der macht das halt so, ne? Ah, das überlebe ich. Ja, das ist ja das Dumme. 30 hat das so gut gemacht. 30 hat das so gut gemacht. 30, ja, ja. Die geht nur noch links und rechts auch noch. So viel Damage macht die nicht. Jetzt muss ich echt bald mal was kriegen, um ihn auszuschalten. Wem sagst du das? So, jetzt hat er bestimmt einen Betonesel oder irgendwas. Nee, hat er nicht. War ein Schaf drin, ne? Ja, und? Bestimmt noch ein Superschaf. Nee, nee, da hättest du noch gehört. Okay. 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 Nee, ruft Oma an. Ich glaub, das reicht. Was war denn das jetzt für ein Luftangriff? Ohne Witz. War das der normale? Ja, das war der normale Luftangriff und du hast halt noch zwei Kisten bei dir. Ah, gut. Ja, okay, hat lange gedauert, haben wir taktisch runtergespielt, war, wurde sogar noch knapp. Ja, der Betonesel hat nur seine halbe Arbeit verrichtet. Ja, gut so. Ja, wir bedanken uns fürs Zusehen. Daumen nach oben, da würden wir uns natürlich freuen. Über ein Abo natürlich auch. Oben in der Infobox sind noch ein paar Videos für euch. Uch, wir sagen tschau und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau.